Elf Jahre nach Ustrina sorgte Tabidu aus dem Stalle Express im Gelsenkirchener A&M-Pokal wieder für einen bayerischen Erfolg. Gerd Bindl bescherte dem Hengst aus dem ersten Jahrgang von Spidi Soma einen idealen Rennverlauf und nach dem Sieg im großen Herbstpreis von Pfaffenhofen den zweiten Zuchtrennlorbeer. In ausgezeichneten 1.14.9 gewann der Hengst die mit 100.000 Mark höchst sortierte Zirkelstation, wobei er den bestehenden Rennrekord von Lisas Boyan Schergon um 13 Sekunden unterbot. Hinter den lange um den Sieg kämpfenden Campoas und Double Crown gab der Besieger Holly Antony als vierter ein zufriedenstellendes Comeback im Kreis der Jahrgangsbesten. Schrautafel, Double Crown eine knappe Länge gegenüber Campoas, Freddy Bosshöfe und dann Holly Antony mit Tabido, Way Away und Oskar. Es biegt in den Nessler-Burgen hinein und unverändert führt Double Crown das Feld an. Bleibt hier eine Länge vor Campoas, innen dicht auf Freddy Bosshöfe und außen Holly Antony. Die zweite Zwischenzeit. 1.18.9. Und geschlossen biegt das Feld in die halben Seite auch hinein. Double Crown und Campoas. Double Crown eine knappe Länge gegenüber Campoas. Freddy Bosshöfe an der Innenseite, Holly Antony, Tabido, Way Away. Eine Runde zurückgelegt. Double Crown und Campoas. Innen Freddy Bosshöfe, außen Holly Antony. Dann Tabido mit Way Away, Oskar und Laserimpuls. So steuert das Feld auf Ende gegenüber zu. Double Crown und verhindert vor Campoas, Freddy Bosshöfe, Holly Antony in der zweiten Spur. Der Maritim-Schlussbogen erreicht die dritte Zwischenzeit. 1.15.2. Double Crown, Campoas außen. Beide liegen hier gleich auf an der Spitze. Dann Holly Antony jetzt in der dritten Position. Freddy Bosshöfe an der Innenseite. Die Endgrat ist erreicht. Double Crown und Campoas außen. Double Crown innen, Campoas außen. Dahinter Holly Antony, ganz außen sieht man Tabido. Double Crown und Campoas. Campoas, Double Crown, ganz außen kommt Tabido auf. Campoas, außen ist Tabido. Tabido an der Außenseite. Campoas, Tabido, Campoas, Double Crown, Holly Antony. Die letzte Zwischenzeit. 1.14.7.